Hallo, ich bin Benjamin Kahl, Snowboard-Weltmeister und Mountainbiker aus Leidenschaft. Trotzdem achte ich immer auf meine Sicherheit. Heute ein guter Tipp von uns. Neben Helm und Handschuhen sollen auch Erste-Hilfe-Box, Wetterschutz, Handy und Verpflegung stets dabei sein. So habt's mit Sicherheit mehr Spaß beim Sport. Untertitelung des ZDF, 2020 Bregen ¡Brundst drought!